Willkommen zu den heutigen Vivi-News. Heute wird es mal etwas spekulativ, denn wir haben unter anderem eine mögliche Jobankündigung. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall die Jobdetails an für den Dienstag-Comic-Job. Außerdem schauen wir uns auf jeden Fall noch einen Post von Vivi und auch David Yu an. Das und sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es dein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi-News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und heute auf jeden Fall mit einer Menge Sachen mit dabei. Mehr spekulativ als wirklich informativ. Nichtsdestotrotz würde ich aber sagen, starten wir direkt rein ins Video. Ja und spekulativ wird es auch direkt schon hier mit dem ersten Thema. Und zwar hat es nämlich von Vivi einen Post gegeben mit einem Mantel, einer Serumflasche und einem Knalleffekt. Und das ist jetzt natürlich die Frage, okay, was könnte das möglicherweise sein? Viele haben erstmal auf Hulk getippt, doch dann kam doch hier Alex G wieder um die Ecke, der hier auf einen Post von My Collectibles reagiert hat. Der meinte, ja, könnte ja Hulk sein, theoretisch. Dann hat er hier aber diese lila Hose gepostet und da kommt es dann doch relativ nah, dass das hier eine neue Series von Powerpuff Girls sein könnte. Ich blende euch einfach ganz kurz die alte Series ein. Und das waren nämlich die Collectibles, die wir fast mit am Anfang bekommen haben bei Vivi. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob das kommen wird oder nicht. Ich glaube aber tatsächlich, wenn das wirklich kommen sollte, dass es nicht allzu krass durch die Decke gehen sollte. Außer wir bekommen wirklich eine sehr, sehr geringe jüdische Auflage, so wie beim letzten Mal. Das werden wir aber dann sehen. Und ich werde dich natürlich auf dem Laufenden halten, wenn es dazu irgendwelche News gibt. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall auch noch den nächsten Comic-Drop an. Und zwar nämlich für Dienstag. Und das Ganze ist Ankenny X-Men 130 aus dem Jahre 1963. Und wir haben das Ganze hier, wie gesagt, am Dienstag, dem 20. Juni um 17.00 in deutscher Zeit. Das Ganze hier an dieser Stelle natürlich wieder mit einem Collectible Breakdown. Ansonsten haben wir einfach mal diese Cover mit dabei. Ich persönlich finde die an sich gar nicht mal so schlecht. Ist aber an dieser Stelle einfach auch wirklich Geschmackssache. Wir haben ja außerdem die First Appearance von Adersla mit dabei. Das Ganze ist ja außerdem mit einem Listenpreis von 7 Gems. Und nur einer Totalauflage von gerade mal 5.000 Stück. Das ist natürlich relativ wenig im Vergleich zu den letzten Comics. Dementsprechend könnte das Ganze tatsächlich noch relativ interessant werden. Wenn wir uns aber auch die Daten auf GoCollect anschauen, sieht man doch relativ schnell, dass das Comic hier relativ günstig ist im Vergleich zu vielen anderen Comics. Eine 9.8 hier mit 332 gegradeten Comics. Gerade mal mit einem Floorpreis von 1.600. Das ist natürlich nicht sonderlich viel, muss man einfach ganz klar sagen. Erst recht, wenn man sich hier die gegradete Anzahl anschaut. Eventuell könnte das natürlich in der Zukunft noch weiter steigen. Je nachdem, ob der Charakter noch weiter im MCU gebraucht wird, beziehungsweise auch eingesetzt wird oder nicht. Ansonsten eine ganz kurze Ankündigung für den Donnerstag um 20 Uhr deutscher Zeit. Und zwar würde ich nämlich hier einen Livestream wieder veranstalten. Und wir klären hier auf jeden Fall die Frage, ist Vivi wirklich revolutionär? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Das schauen wir uns auf jeden Fall am Donnerstag an. Sei auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich. Ansonsten gab es noch einen sehr interessanten Post von Vivi zu der letzten Con, wo sie waren. Und zwar war das nämlich eine License Expo in Las Vegas. Und da waren natürlich hier auch David Yu und natürlich auch Dan Krasas mit dabei. Und das Ganze ist hier tatsächlich vor dem Ubisoft Stand. Jetzt sollte man sich natürlich fragen, okay, was könnte es damit auf sich haben? Erstmal, Ubisoft selber ist ja wirklich auch dafür bekannt, Spiele herzustellen, beziehungsweise Spiele zu produzieren, rauszubringen. Und wir haben ja auch schon die ersten Ubisoft Sachen, auch wie wie gesehen, mit den Rabbids. Und dementsprechend könnte es tatsächlich auch relativ nahe liegen, dass hier in Zukunft ein Spiel mit ihnen rauskommen würde. Denn sie schreiben ja auch, it's exciting to see the ways companies are invading in the digital collectible space, including our friends from Ubisoft. Wonder what's next? Und ich persönlich glaube jedenfalls, dass auch mit Ubisoft in Kombination hier ein Spiel möglich sein kann. Wann das Ganze rauskommen wird, werden wir sehen. Wir wissen auf jeden Fall, dass dieses Jahr ein großes Ding noch kommen wird. Ob das die Fidgetals sind, weiß ich natürlich leider nicht. Möglicherweise könnte es ein Spiel sein, möglicherweise auch nicht. Wir werden es sehen. Ich werde dich natürlich auf dem Laufenden halten. Deswegen immer schön den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, denn dann verpasst du da draußen kein weiteres Video zu dem Thema Vivi. Ansonsten noch ein ganz großer Hinweis für alle Leute, die den Thanos Airdrop erwarten. Dieser ist jetzt ausgeliefert und dementsprechend kannst du den ganzen jetzt auch bei dir im Vault sehen. Glückwunsch auf jeden Fall an jeden, der hier auch den Airdrop mitgemacht hat. An dieser Stelle war es das Ganze auch schon wieder mit dem ganzen Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, gib dir das Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Morgen-Mittagern und bis dahin, Herr Käpt'n. Ciao, ciao.